So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich war letztens wieder im Rewe mit Pupsi einkaufen, da habe ich so ein super geniales Fuego-Regal gesehen, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Da gibt es ja wirklich alles mögliche von Fuego, diese Tortilla Wraps, da gibt es Tortilla Chips, es gibt nur Wraps und Chips und dann gibt es Gewürze und dann gibt es Soßen und dann gibt es Pasta und dann gibt es, keine Ahnung, Gewürze und dann gibt es Bohnen und dann gibt es alles von Fuego, alles irgendwie so in diese mexikanische Richtung und dann habe ich eine Soße gesehen, die kenne ich noch gar nicht von Fuego, die gehört aber zu diesem Tribble, was hier aufgebaut ist und die möchte ich heute mal testen, aber auch die zwei Vorgänger, die ich schon kenne. Wir haben nämlich zum einen hier diese Fuego Hot Jalapeno Sauce, die hat zwei von drei Chilischoten. Die esse ich ja so gern, die mache ich ja mir überall drauf, die habe ich mal in meiner Wunschliste gehabt, ich habe da plötzlich fünf Stück davon gehabt und vier Stück von den anderen, von den roten. Die kenne ich also, Fuego Hot Jalapeno Sauce mit dem grünen Etikett. Dann gibt es das Fuego Extra Hot Jalapeno Sauce, die hat drei von drei Chilischoten und eben dieses rote oder hier schon fast rosane Purple Etikett irgendwas. Die zwei kenne ich, auch wenn das Design von dieser Flasche irgendwie besser und neuer aussieht. Und dann habe ich gesehen, es gibt sogar eine Fuego Hot Jalapeno Sauce, extra für Jonas, Jonas Jalapeno Sauce. Hot Jalapeno auch drei von drei Chilischoten. Die sehen jetzt alle irgendwie nicht so schön aus, wenn die hier in dem Fläschchen stehen. Warum, das zeige ich euch gleich. Für Thumbnail halten wir die aber erstmal rein. So, das soll ein Thumbnail sein, naja, da bin ich mal gespannt. Das Ganze testen wir wieder mit meinen lieblingsschicken Nuggets, die es auch im Rewe gibt. Und wer weiß, am Ende, wenn es nicht scharf genug ist, noch die Madog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Fällt euch das aber auf, hier oben kannst du durchgucken. Da ist dieses ganze Essigartige, Ölige einfach. Und hier unten ist sie richtig dick und braun. Bei der hier aber auch, na gut, bei der sieht es nicht ganz so schlimm aus. Die ist wahrscheinlich gerade ein bisschen geschüttelt worden. Noch schlimmer ist es nur bei der. Siehst du hier oben das Stück? Einfach nur Öl, Wasser mit Essig und hier die ganze Blöcke, die sich abgesetzt hat. Das kann man dann ein bisschen mischen. So sieht es vorher aus. Also was heißt hier mischen, schütteln. Das war gelb und pissig, so richtig schön Urinfarbe. Und wenn du das dann geschüttelt hast, sieht es einfach aus wie Tabasco. Bei der, die ist von Haus aus ja eigentlich schon rot. Wenn wir die schütteln, sieht die plötzlich ein bisschen heller aus als die. Wirkt etwas orange. Und wenn wir die hier nehmen, die eigentlich orange, gelblich ist und schütteln. Ihr seht, so viel Wasser. Haben wir hier eine super geniale Habanero Sauce. Scharfe Soße zum Aufpeppen von Fleisch, Gemüse, Soßen, Suppen und Dips. Das steht aber, glaube ich, bei allen. Gut, hier steht nur als Würze für Fleisch, Gemüse, Soßen, Suppen und Dips. Hier steht extra scharfe Soße für Fleisch, Suppen, Soßen, Suppen und Dips. Und hier scharfe Soße. Das heißt, eigentlich müsste die Habanero vor der Extra Hot Ralapeño kommen. Da ich die Habanero aber nicht kenne, nehme ich die trotzdem als letztes. Sieht es vielleicht besser aus, wenn man die drei in die Hand nimmt. Mit den Nuggets dazu. Das vielleicht als zweiten Samtnellversuch. Ich mache mir jetzt die Nuggets warm und dann sehen wir uns gleich wieder beim Test. So, die Nuggets sind fertig. So sehen die aus. Wie Natur in seinem Kopf. So fertig, genau. Wir fangen also jetzt an mit der ganz normalen Fuego. Hot Ralapeño Sauce. Immer mit diesem lustigen mexikanischen Kaktus drauf. Machen die auf. Ich habe zwar noch eine offene, da hinten stehen im Regal. Aber für das Video mache ich natürlich eine neue auf. Das nennt man Luxus. Tröpfeln das jetzt hier drauf. Werfen das direkt ein. Dann habe ich sofort das Gefühl, die schmeckt zwar gut zu Pizza, durch dieses Essigartige, Säuerliche und diese Schärfe, die da durchkommt. Aber zu den Nuggets, passt das irgendwie gar nicht. Das hat jetzt einfach nur Essig scharf gebrannt. In den Fonnel rein. So, jetzt tröpfeln wir weiter hier drauf. Nisch das, was runterfällt. Ja, da steht zwar Hot Ralapeño, aber hinten steht ja sowieso nur normal wird Soße. Nichts von scharf oder extra scharf. Und hier ist halt wirklich diese Essignode präsent. Du merkst, ganz leicht, aber lassen wir das mal weg. Jetzt haben wir die Fuego Extra Hot Ralapeño. Und da sieht das Ganze schon anders aus. Die fand ich nämlich so brutal, dafür, dass das eine normale Soße ist, die normal im Handel erhältlich ist, für einen ganz normalen kleinen Preis. Fand ich die so brutal und scharf damals, dass ich eigentlich gar nicht so viel drauf machen darf. Ich mache aber trotzdem genauso viel drauf, wie bei der eben. Oder auch nicht, weil die irgendwie ein bisschen dickflüssiger ist. So, haben wir jetzt auch den ganzen Nugget bestreut. So, hier steht jetzt extra scharfe Soße. Und das, was beim anderen auch dran steht. Ich habe wieder diesen extremen Essiggeschmack im Vordergrund. Ein bisschen dummer ankommt als der letzte. Aber dann schon beim Runterschlucken, merkt ihr danach, ihr habt nichts mehr im Mund. Aber alles fängt an zu brennen. Es hinderlässt wirklich Spuren. Ich bin jedes Mal wieder überrascht über diese Fuego Extra Hot Jalapeño Soße. Und deswegen machen wir uns gleich noch einen zweiten Nugget zurecht mit dieser Soße. Auch wieder hier drauf. So, geschmacklich finde ich, glaube ich, die grüne noch besser. Die ist nicht so, so. Aber schärfer ist die rote. Auf jeden Fall ganz vorne dabei. Oh. Ich habe jetzt schon leicht tränende Augen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist eine ganz normale Riebe Soße. Oder Soße halt im normalen Handel. Gibt es bestimmt auch bei Kaufland oder so. Jetzt haben wir noch die Hot Habanero. Und die kenne ich gar nicht. Ich hoffe, dass das diesen typischen Habanero Geschmack hat. Und nicht, wie das so extrem viel mit Essig zu tun hat. Die Jalapeños, alles immer ein bisschen Essig, okay. Aber Hot Habanero, ist die schärfer. Ist die nicht so scharf. Dort stand extra scharfe Soße. Hier steht scharfe Soße. Sie müsste eigentlich milder sein. Wir hauen jetzt mal hier drauf. Hat auf jeden Fall den besten Geschmack von allen drei bisher. Weil auch diese Essignote nicht so da ist. Und ihr merkt eine gesunde Schärfe. Sie ist nicht so scharf wie die extra Hot Ralapeño. Sie ist aber schärfer wie die Hot Ralapeño. Und bildet irgendwie das gesunde Mittelmaß. Was eine gesunde Schärfe und einen angenehmen Geschmack vereinbart. So, nochmal probieren. Also wer die nicht kennt, kann ich empfehlen. Die grüne braucht ihr eigentlich weglassen. Die rote, wenn ihr euch ein bisschen was zutraut. Aber diese, die kann man auch genießen. Die hat sogar einen ganz angenehmen Geschmack, muss ich dazu sagen. Und ich bin echt positiv überrascht. Das heißt, wenn ich mal wieder was in meine Wunschliste packen würde, wäre es nicht die Hot oder Extra Hot, sondern die Habanero. Wenn es die auch gibt, hau mir sogar noch einen dritten rein. Und gleich testen wir noch die Madoc. Ja. Theodor Caddo's GmbH in Dissen. Habanero, also am besten. Habanero besser als Ralapeño. So, jetzt aber noch die Madoc 357 aus 6 Millionen Scoville-Pepper-Extrakt-Leber hier. Hab Marie letztens auch viel mit Nuggets zurecht gemacht, mit der Madoc-Soße und sie wollte unbedingt probieren. Und ich sagte, klicke ich auch einen, darf ich auch einen? Da ist Soße drauf. Darf ich den essen noch nicht? Da ist aber Soße drauf, Madoc-Soße. So ein kleiner Tropfen war da drauf. Die ist fast gestorben. Ich weiß. Ja, aber trotzdem, sie wollte unbedingt und sie sagt das jedes Mal. Ich hab gedacht, dann lass sie jetzt mal probieren. Dann lernen sie, dass es vielleicht nichts für sie ist. Und dass sie das vielleicht nicht beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Sie hat es überlebt. Ich hab ihr ein bisschen Toastbrot gegeben. Sie hat ein bisschen Milch getrunken. Ich hab gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist der Bubi da immer? Oh, Mama, Hilfe. Aber das, das haut auf jeden Fall auch rein. Und das müsste noch schärfer sein als alles drei zusammen. Passt komischerweise vom Geschmack her am besten zu den Nuggets. Jetzt hab ich eine Blase im Hals. Dadurch hör ich mich ganz anders an. Hat wieder diese komische kleine winterliche Pflaumennote, die sie am Anfang nicht hatte. Die sie irgendwann bekommen hat. Und je länger man die aufhaut, desto mehr verändert sich irgendwie der Geschmack. Ist scharf. Brennt im Nachhinein richtig. Aber kein Essiggeschmack. Nichts Störendes. Einfach nur absolute Schärfe im Nachgang. Mit einem interessanten Geschmack. Vordergründig. Also Madog 357. Und die ist so ergiebig. Die Flasche ist bestimmt immer noch dreiviertel voll. Und ich benutze sie wirklich bei jedem Ding, was ich mache. Überall. Das war der große Fuego. Extra hot und hot Ralapeño Habanero Test. Wenn ihr die drei Soßen auch kennt, schreibt es mal rein. Was ist eure Lieblings-Chili-Soße, die ihr so esst? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Bis dahin.